Musik Wir stellen einen beträchtlichen Teil der Mediencrew, die also das Fisch medial begleitet. Da sind einmal fünf Cosmedia-Redakteure, die also mit Fotokamera, Aufnahmegerät unterwegs sind, um die einzelnen Veranstaltungen in den sozialen Medien gut zu präsentieren. Und dann unsere Mediengestalter, Bild und Ton, die sowohl die Live-Crew in Mau an den Spielstätten bestücken, als auch Interviews führen, das was wir ja auch gerade machen. Also wir sind mit der vollen Bandbreite unserer Ausbildung jedes Jahr ganz aktiv dabei und es ist immer eine super tolle Erfahrung für die Schüler. Ich bin Patrick, Patrick Hinz. Ich arbeite beim Fisch und mache Internet, Pressearbeit, Social Media-Kram, Website. Ich kümmere mich darum, dass so Printprodukte in den Druck gehen, dass die ganzen Informationen zusammenkommen dafür. So was halt. Ich bin Arnes Schatten, also der Schatten des Festivalleiters. Ich bin Arnes Schatten, also der Schatten des Festivalleiters.